Hallo, Uli hier von Punkt 10 Content Marketing. Ich habe einen wirklich heißen Tooltip für dich, in dem du die relativ exakten Suchvolumina deiner Keywords herausfinden, den Wettbewerb dazu überprüfen kannst, neue Keywords und vor allen Dingen neue Content-Ideen, die tatsächlich nachgefragt werden, finden kannst. Und mit das Beste an der ganzen Sache, das Keyword-Tool, um das es hier heute geht, Ubersuggest von Neil Patel. Das kannst du so oft du willst und ohne jegliche Einschränkungen, total kostenlos verwenden. Ubersuggest eignet sich wirklich super dafür, damit du herausfinden kannst, wie viele Menschen tatsächlich nach bestimmten Themen und Keywords suchen. Das hält dich nämlich davon ab, Content zu erstellen, der überhaupt gar nicht nachgefragt wird. Und genau dabei hilft dir Ubersuggest eben sehr gut und kann dir viel Zeit sparen und jede Menge relevanten Traffic auf deinen Blog und auf deine Website bringen. So wie das hier übrigens Neil Patel natürlich auch gemacht hat, der clevere Online-Marketer, der hat direkt auf seiner Seite neilpatel.com dieses Tool über Ubersuggest gelauncht. Und warum? Aus dem Einfangengrund natürlich, dass er den Leuten weiterhelfen will, aber natürlich auch möchte er möglichst viel Traffic auf seiner Seite bekommen und er hat einfach gesehen, es gibt diese Nachfrage nach einem kostenlosen Tool, mit dem man super Keywords finden kann, das Subvolumen finden kann, neue Keywords finden kann, neue Content-Ideen finden kann, all das, diese gesamte Nachfrage hat er sich eben zunutze gemacht und dieses Tool direkt auf seiner Seite installiert. Okay, dann steigen wir direkt ein und schauen wir uns jetzt an, was du mit dem Tool über Ubersuggest alles machen kannst und ich gebe dir einen Überblick, wie es funktioniert. Hier sind wir also schon direkt auf der Ubersuggest Oberfläche, damit du dir besser vorstellen kannst, was alles möglich ist, starten wir jetzt mal zusammen ein paar Suchen für verschiedene Beispiele. Wir nehmen jetzt also mal an, du bist ein Unternehmer, eine Unternehmerin und du hast dein eigenes Yoga-Studio und dein Haupt-Keyword ist Yoga. Jetzt befinden wir uns, wie du es hier links siehst, in der Übersicht des Ubersuggest-Tools. Und hier siehst du direkt mal den Wert, zuallererst, wie viele Suchanfragen es gibt. Es gibt also 90.500, was in meinen Augen schon relativ viel ist. Dagegengesetzt, da das Keyword ja relativ generell ist, relativ allgemein gehalten ist, ist der SEO-Schwierigkeitsgrad also schon relativ hoch mit 65 Punkten. Anscheinend wird hier auf direkt dieses Keyword nicht allzu viel Werbung geschaltet, deswegen ist der Wert hier relativ gering und der Kost per Klick ist auch relativ gering. Und hier schauen wir uns mal diese Grafik hier unten an. Wie gesagt, 90.500 Suchanfragen pro Monat ist wirklich eine Menge. Und hier siehst du schön aufgeschlüsselt über die letzten Monate, wie hier dieses Keyword nachgefragt wird. Also du siehst super, wie die saisonale Nachfrage danach ist. Und hier siehst du eben, dass es im Januar einen Peak gab, eine erhöhte Anfrage und dass das Ganze ansonsten sehr, sehr, sehr stabil bleibt. Also das ist ähnlich wie bei Google Trends super dafür geeignet, dass du eben siehst, okay, habe ich hier jetzt eine tendenziell hohe Nachfrage oder geht die runter? Und wie sieht das aus? Kann ich damit rechnen, dass auch in den nächsten Monaten dieses Keyword noch nachgefragt wird? Okay, dann scrollen wir mal zusammen weiter herunter und schauen uns an, was das Tool noch so alles drauf hat. Hier siehst du die Keyword-Ideen, die dir Ubersuggest zu deinem Hauptkeyword, was du eingegeben hast, was wir zusammen eingegeben haben, Yoga ausgibt. Da kannst du hier auch einfach auf alle Keyword-Ideen anzeigen klicken. Dann bekommst du die ganzen ausgespielt. Super, super toll ist halt hier, dass du hier keine Einschränkungen hast, wie zum Beispiel bei dem KW-Finder. Da habe ich auch ein Tutorial dazu gemacht, auch ein super Tool. Aber da bekommst du eben wirklich nur die ersten Keyword-Ideen aus dieser Liste, die ersten 20, 30, 40 vielleicht angezeigt. Reicht auch schon aus, aber hier wirklich super top. Da kannst du runterscrollen ohne Ende und bekommst immer wieder neue Ideen. Schauen wir uns mal das Keyword nochmal genauer an. Hier siehst du, wie schon gesagt, wie oft es im Monat nachgefragt wird, wie der CPC ist, also wie viel kostet es, wenn jemand bei Google Ads auf deine Anzeige klickt. Das sind 27 Cent hier. Das ist der Schwierigkeitsgrad hier, 65, wie gesagt, relativ hoch hierfür zu ranken. Und das ist der Schwierigkeitsgrad hier, in bezahlten Kampagnen dafür zu ranken. Super interessant, auch hier die Keyword-Übersicht dazu. Hier gibt dir Neil Patel erstmal nochmal aus, dass das Keyword sehr umkämpft ist und dass du nur eine ungefähr 35-prozentige Chance hast, für genau dieses Keyword zu ranken. Und danach siehst du eben aus den Google-Suchanzeigen die Treffer, die hier tatsächlich schon organisch am besten ranken. Auch diese Liste ist wirklich relativ lang, da kannst du hier runtergucken. Ich würde dir empfehlen, schau dir dann für dein Keyword hier mal die ersten, sagen wir mal 5 bis 10 Treffer an. Schau dir mal an, wie diese Artikel aufgebaut sind. Lerne davon, lerne wie Google das Keyword versteht und orientiere dann den Aufbau deiner Artikel daran. Hier siehst du dann noch ein paar weitere Dinge, die geschätzten Seitenaufrufe, die Social Shares und den Domain-Score der Domain insgesamt. Hier ist natürlich ein relativ hoher bei Wikipedia und dann geht das hier runter. Gesundheit.de liegt jetzt nur noch bei 46. Yogavidia.de, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ich bin kein Yoga-Experte, liegt da noch ein bisschen höher und so weiter und so fort. Wenn du hier draufklickst, hier unten auf Serp-Analyse, bekommst du nochmal eine genauere Analyse hier ausgespielt. Wir wollen jetzt aber wieder zurückgehen und schauen uns mal die immerhin 653 weiteren Keyword-Ideen an. Hier siehst du zum Beispiel sofort auf Platz 2 ist Yogamatte mit 27.100 Suchanfragen pro Monat, auch jede Menge. Das ist hier zum Beispiel auch interessant, wenn du ein Affiliate-Marketer bist zum Beispiel und du baust eine Seite zum Thema Yoga, zum Thema Yogamatten auf. Also du verkaufst praktisch Yogamatten. Dann siehst du hier, das ist auf jeden Fall eine super Chance, weil hier super viele Leute danach suchen und eben die SEO-Difficulty, also die Schwierigkeit hier für organisch zu ranken, ist ein bisschen niedriger wie bei Yoga. Natürlich siehst du hier auch, was passiert. Das Keyword ist sehr viel spezifischer, deswegen ist es hier auch schwieriger, unter den bezahlten Ergebnissen bei Google Ads zu landen und dementsprechend das Gebot, also die CPC, wie ich gerade gesagt habe, die Kosten für einen Klick, die sind auch höher. Deswegen würde ich dir das nur empfehlen, wenn du wirklich schon ambitioniert bist, eine Seite hast, die schon wirklich ganz gut rankt für diesen Überbegriff Yoga. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dass du noch ein bisschen tiefer reingehst, ein bisschen genauer reingehst und einfach mehr auf diese Longtail-Keywords gehst mit 100, 200, 300, 400, 1000 Suchanfragen pro Monat. Da schauen wir uns gleich nochmal an, was du da für Möglichkeiten hast. Hier werden wir nämlich nicht so wirklich fündig, in meinen Augen hierfür, wir haben noch Yoga-Pants. Okay, wenn du jetzt Hosen zum Beispiel anbieten würdest, auch wieder als Affiliate-Marketer, dann würdest du hier bei einem Suchvolumen von 5,400 eine doch schon wirklich geringere Schwierigkeit haben, um für dieses Keyword zu ranken, wenn du hier für eine Landingpage oder einen Blogartikel zum Beispiel machst. Das Gleiche gilt dann auch für Yoga-Retreat. Wenn du jetzt zum Beispiel wieder ein, wir nehmen jetzt wieder das Beispiel, dass du ein Yoga-Unternehmer bist, also eine Yoga-Lehrerin zum Beispiel, möchtest einen Yoga-Retreat anbieten, dann wäre das hier zum Beispiel ein Keyword, das du dafür verwenden könntest. Yoga für Schwangere. Hier wird das Ganze schon etwas spezifischer. Und hier kannst du auch immer einfach klicken und dann bekommst du eben die Seiten ausgespielt, die hierfür schon sehr gut ranken und an denen du dich super orientieren kannst. Okay, hier kannst du noch ein paar von diesen längeren Keywords, die sich super eignen, finden. Wie du siehst, die Suchvolumen, die gehen immer runter hier. Und hier kommen wir sogar bei Yoga-Prenzlauer Berg. Das ist ja der Ort, wo ich wohne in Berlin. Also das ist auch ein Top-Keyword. Wenn ich Yoga-Lehrer wäre, dann würde ich auf jeden Fall auf dieses Keyword setzen. Denn hier ist die SEO-Schwierigkeit tatsächlich nur bei 19. Ich habe also eine richtig gute Chance, wenn meine Seite nicht allzu neu ist und es schon ein paar Artikel gibt und die Authority schon etwas da ist, dass ich hierfür auch ranken kann. Diese ganzen Keywords, wenn du die jetzt zum Beispiel in einem Excel-Sheet dir nochmal genauer aufbereiten willst, dann kannst du hier einfach als CSV-Datei exportieren klicken hier unten. Oder du kannst es dir für weitere Recherchen auch hier einfach mit einem Klick hier unten rechts auf dem Clipboard speichern, abspeichern. So, mir ist das Ganze jetzt noch ein bisschen zu unspezifisch, noch ein bisschen zu generell. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen spezifischer rein. Das kannst du auch mit diesem Tool super machen. Zum Beispiel mal Yoga-Urlaub gebe ich jetzt mal ein. Ich biete also zum Beispiel jetzt als Yoga-Lehrer Urlaubsreisen an, die sich ganz um das Thema Yoga drehen. Hier sehe ich dann, okay, das Suchvolumen ist relativ hoch. Die Schwierigkeit ist da, aber es ist noch eine Möglichkeit, hierfür zu ranken. Dann wäre jetzt eben der nächste Schritt, dass ich schaue, möchte ich das in Deutschland anbieten, möchte ich die auf Mallorca anbieten, möchte ich die in Berlin anbieten, möchte ich die in Last Minute anbieten zum Beispiel. Und hier kann ich immer weiter gucken, wie kann ich das weiter spezifizieren und kann mir die ganzen Vorschläge anklicken. Yoga-Urlaub Last Minute. Dann kann ich sehen, was machen hier die anderen, was haben die für Domain-Scores, ist es für mich möglich zu ranken. Und ja, Yoga-Urlaub Last Minute, dafür ist es auf jeden Fall möglich zu ranken. Wenn du das anbietest oder wenn du vielleicht ein Reisebüro hast, du bist Unternehmer, selbstständig und hast dein eigenes Reisebüro, dann würdest du praktisch diesen Begriff auf jeden Fall mit einbauen in deine Webseite. Du kannst dir oben auch noch eingeben, Yoga-Urlaub Berlin, auch das gibt das Tool her. Dann würdest du eben sehen, das hat jetzt nur noch ein Suchvolumen von 10. Das ist tatsächlich ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Das lohnt sich einfach nicht für so ein geringes Suchvolumen, eine Seite aufzubauen. Aber das siehst du, auch das kann Ubersuggest und damit siehst du mal die Macht, die dieses Tool tatsächlich hat. So, bevor wir uns jetzt anschauen, wie ich es gerade schon versprochen habe, wie du noch tiefer, noch genauer in diese Keywords reingehen kannst und dann eben noch spezifischeren Content für dich, für deine Produkte, deine Landingpages, deine Blogartikel, deine Posts, dein Content insgesamt finden kannst. Da schauen wir uns noch im Überblick an, was das Tool hier noch so zu bieten hat. Und zwar hier siehst du es, die Content-Ideen, die sind einfach noch nicht vorhanden, noch nicht verfügbar, weil das noch nicht freigeschaltet ist im Tool. Also wenn du das Tool ab jetzt fleißig nutzt, dann wird das Neil sicherlich sehen und wird das freischalten für uns. Ich bin super gespannt darauf, wenn das passiert. Und deswegen, damit du da aktuell bleibst, werde ich unter diesem Video auch meinen Blogartikel zu dem Tool über Suggest verlinken, denn dort wird es diese aktuellen Änderungen dann immer schneller geben, als ich das bei YouTube nachvollziehen kann. Dann haben wir nochmal die Analyse der Treffer bei Google, das haben wir uns schon angeschaut, mit wie gesagt den geschätzten Seitenaufrufen, die Shares und den Domainscore. Dann haben wir hier die Übersicht noch nicht, das wird wahrscheinlich eine personalisierte Funktion werden bei Ubersuggest, nehme ich mal an. Vielleicht auch in der Bezahlversion, das werden wir sehen. Da wird es dann die Übersicht, die Top-Seiten und nochmal eine Sparte mit Keywords geben. Super, wir gehen jetzt wieder zurück in die Übersicht. Damit hast du jetzt sicherlich schon die wichtigsten Funktionen, so im Überblick auf dem Schirm, damit du gut damit arbeiten kannst. Und ich möchte dir jetzt noch zeigen, wie du noch etwas spezifischer, noch etwas genauer reingehen kannst. Und zwar dazu gehen wir mal auf den Keyword-Finder, auf den KW-Finder. Den habe ich ja auch schon in einem Video vorgestellt, das ich dir natürlich hier auch verlinken werde. So, und das Tool ist einfach super genial, weil es dir eben auch genau die oder die relativ genauen Suchvolumina, so ganz genau kann man das immer schwierig sagen auf den Blick, aber es gibt dir relativ genaue Suchvolumina aus. Und du findest hier eben auch nochmal Longtail-Keywords, für die es sich lohnt zu ranken. Oder besser gesagt, für die es sich lohnt, Content zu erstellen und für die es eben die Chance gibt, dass du dafür ranken kannst. Schauen wir zum Beispiel mal hier unten, ja Yoga-Urlaub, Last Minute, ist auch hier sicherlich ein gutes Keyword mit 170 Suchanfragen im Monat. Machbar von der Schwierigkeit her, die liegt nur bei 25 von 100. Du siehst, hier werden dir auch einige gute Anzeigen ausgegeben. Du siehst hier dann auch nochmal ganz schön, wie die Nachfrage danach ist und eben auch, dass für Yoga-Urlaub es tatsächlich noch möglich ist zu ranken. Damit hast du also schon zwei völlig kostenlose Tools, in denen du super nachschauen kannst, wie deine Keywords so aufgestellt sind, wie oft die nachgefragt werden, wie hoch der Wettbewerb dazu ist. Und dann habe ich dir am Anfang dieses Videos gesagt, ich zeige dir auch, wie du hieraus neue Content in denen bekommst. Das haben wir zum Teil natürlich auch schon behandelt, dass wir uns diese Keywords hier eben anschauen. Und dass du dann zum Beispiel weißt, okay, das könnte ein neues Produkt sein, daraus könnte ich einen neuen Blog-Artikel machen. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, dir ein super, super cooles Tool, auch komplett kostenlos zeigen. Und zwar ist das Answer the Public. Wenn du es noch nicht auf dem Schirm hast, dann schau dir das bitte mal unbedingt an. Und ich habe hier schon vorbereitet, also Yoga-Urlaub eingegeben. Und dieses Tool, Answer the Public, ist einfach super gut dafür geeignet, um alle möglichen Fragen, die die Leute so bei Google zu diesem Keyword, zu diesem Topic, zu diesem Thema eingeben. Und das ist wiederum sehr, sehr gut geeignet, dass du dann daraus Blog-Artikel zum Beispiel machst, eine FAQ-Section für deine Website, was auch für SEO natürlich super ist. Oder dass du zum Beispiel auch ein neues Produkt daraus baust. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz nochmal im Überblick an. Und zwar hier oben ist jetzt noch nicht wirklich so viel. Scrolle aber bitte mal runter. Und hier siehst du schon die ganze Macht des Tools. Im Mittelpunkt ist eben dein Keyword Yoga-Urlaub. Dann siehst du hier verschiedene Präpositionen, zum Beispiel AN, Yoga-Urlaub für Anfänger, Yoga-Urlaub Andalusien, Yoga-Urlaub anbieten. Oder Yoga-Urlaub auf Mallorca. Aus diesem Strang ergibt sich Yoga-Reise für Single. Also definitiv auch ein Keyword, das du dir genauer anschauen möchtest, für das du Content zum Beispiel super anbieten könntest. Yoga-Urlaub für Familien genauso. Ja und allein das ist schon super, super, super mächtig, um eben neue Ideen für deinen Content zu finden. Dann dadurch siehst du, was die Leute tatsächlich bei Google eingeben in Verbindung zum Keyword Yoga-Urlaub. Jetzt schauen wir nochmal hier runter. Hier kriegst du noch andere Möglichkeiten. Yoga-Urlaub und mit dem Bindewort und dazwischen Reise, Yoga und Wandern, Urlaub, Yoga und Reiten, Urlaub, Yoga und Surfen und so weiter und so fort. Und hier bekommst du dann nochmal ausgegeben, angefangen mit einem A, Yoga-Urlaub Anfänger bis B, Yoga-Urlaub Bodensee. Hier hast du so, so viele Ideen, die du eben auf deinen Bereich passend anwenden kannst. Daraus eben, wie gesagt, Produkte machen kannst und neuen Content, FAQs und so weiter und so fort erstellen kannst. So, bei meinem Test hier, das war zugegebenermaßen live. Da haben wir jetzt das, was ich dir vorhin versprochen habe, noch nicht gefunden. Und zwar die Fragen dazu, wo das passiert. Deswegen, um dir das zu zeigen, gehen wir nochmal zurück auf die Oberfläche und probieren es einfach mit einem anderen Keyword. Wir geben zuerst hier Deutschland ein und da geben wir zum Beispiel mal Hundetraining ein. Also, wir nehmen jetzt an, du bist Hundetrainer, eine Hundetrainerin. Und jetzt lädt uns das Tool, die Fragen, die es dazu gibt. Genau, und hier können wir uns das jetzt noch viel besser anschauen. Also Hundetraining, was zum Beispiel? Was ist kein neues Hundetraining? Was kostet ein Hundetraining? Was kostet Hundetraining? Wie viel kostet Hundetraining? Hundetraining wie? Ab wann Hundetraining? Jetzt könntest du daraus also einen Artikel machen oder ein Produkt. Ja, vielleicht besser ein Artikel in diesem Fall. Ab wann lohnt es sich, mit dem Hundetraining für meinen Hund zu beginnen zum Beispiel? Und dann kannst du nämlich super sicher sein, dass das auch tatsächlich nachgefragt wird. Oder welche Leckerlis für Hundetraining? Super Idee für deinen nächsten Blogartikel zum Beispiel. Wenn du jetzt hier weiter runter scrollst, dann passiert dasselbe, was wir uns vorhin schon angeschaut haben für Yoga-Urlaub. Jede Menge super Ideen eben für Keywords, für Long-Tail-Keywords, die so tatsächlich nachgefragt werden und eben für neue Ideen, für neuen Content, für neue Produkte und so weiter und so fort. Und ich hoffe, das hat dich inspiriert hier. Ich hoffe, du hast einen guten Überblick bekommen. Lass mich doch bitte in den Kommentaren wissen, was du von diesem Video hältst, ob es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen hoch hier. Und damit du kein neues Video verpasst, kannst du diesen Kanal auch sehr gerne abonnieren. Und ich freue mich einfach darauf, dich im nächsten Video zu sehen. Ich freue mich auf deine Ideen, freue mich auf den Austausch hier und schau dir die Links unter dem Video an. Da bekommst du noch mehr Inspirationen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Uli von Punkt 10 Content Marketing.